hallo freunde heute kommen wir zu einem gegenstand den ich euch schon mal vorgestellt habe erinnert ihr euch noch an diese billigversion eine nerf gun nun jetzt habe ich herausgefunden wie sie funktioniert jetzt passt auf und jetzt füllen wir das ding mit schaumstoff geschütz alles klar erste kugel kommt und zweite kugel und die dritte kugel und jetzt mal von einem anderen winkel und nochmal so und so und jetzt auf das duplikum ihr könnt euch gar nicht vorstellen was gerade passiert ist ich habe einmal aus versehen auf das handy geschossen dann war plötzlich bildschirm schwarz ich hatte für einen kurzen augenblick angst ja jetzt weiß ich ja wie es zum glück geht man muss hier dran ziehen und dann ja für eine billige version einen nerf gang ist das ding sehr praktisch es funktioniert und man hat spaß und ja solange man spaß am spielen hat das ist doch das wichtigste beim kinderspielzeug so das war es dann auch wieder bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal